Hast du Lust auf ein besonderes Erlebnis? Dann komm doch zu uns an die Ferienmess. Vom Freitag, 18. Januar, zum Mittag am 4 Uhr bis zum Sonntagabend am 4 Uhr sind wir im Gemeinsaal Buchs. Wir präsentieren unser Reiseprogramm 2019. Ob Spanien, Ungarn oder einfache Tagesausflüge, Flussschifffahrten, Wander- oder Badeferien oder vielleicht eine Weindekostationsreise? Vielleicht suchst du einen Kurzausflug ins wunderschöne Wallis. Alles das und noch viel mehr stellen wir dir gerne ganz unverbindlich vor. Während den ganzen drei Tagen hat es musikalische Unterhaltung. Zum Beispiel Musik mit dem Seesternquintett. Es gibt zum Verwilen einen Racklitzstuben. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Nicht nur für deine Ferienplanung findest du alle Informationen. Mit viel Musik auch von Gordola und Mario gibt es auch zu trinken und etwas für den Magen. Für Unterhaltung sorgen auch die beiden Zulgtaler. Ferienstimmung, Musik und Degustationsmöglichkeiten machen den Besuch zum einen schönen Ausflug für alle, die das Jahr 2019 fröhlich begrüssen wollen. Wichtig am Sonntagmorgen am 10.30 Uhr spielt die Harmoniemusik Buchs zum Genuss von allen Besuchern. Also, was gibt es noch zu überlegen? Jetzt einen Tag reservieren und nach Buchs bei Aarau kommen und einen Tag Unterhaltung und Ferienstimmung erleben. Vom Freitag, 18. Januar, zum Mittag am 4 Uhr bis am Sonntagabend am 4 Uhr im Gemeinsaal Buchs bei Aarau. Wir freuen uns auf dich! Musik 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 Musik